jetzt noch kurz das ist unsere strategie ich bin gerade verwirrt von den Farben oh die haben so viel geändert was war los im Spiel haben die was geändert mein grün also die Farbe sieht anders aus das ist verwirrend also wenn ich jetzt chatte dann bin ich jetzt auch grün und nicht die Farbe die ich normalerweise bin war das jetzt zu verwirrend hat man das verstanden oder nicht ja die Chatfarben sind geändert auch schon irgendwo gelesen oh ja wenn man die Fremden jetzt anguckt ah die Gegner sind alle rot dann mach ich mal top oder flop warte mal warum ist mein spiel auf deutsch also kein deutsches ja mein spiel eigentlich deutsch das steht auch auf der Zeit von Blizzard wollen die mehr heben ja hoffentlich kommst du mal in den Genuss der deutschen Version ja ich kenn die ja ich hab das erste also halbe Jahr oder so deutsch die deutsche Version gehabt aber mir gefällt ja irgendwann besser scheint ja wirklich sehr buggy zu sein oh du auch mal einen Pyloten da hinten eure Verbündeten befinden sich im Kampf in dem zweiten Eingang ja demnächst dein Arbeiter wird davon angegriffen dein Arbeiter wird davon angegriffen wie kann das denn überhaupt sein dass ich plötzlich eine deutsche Sprache habe also man hat doch eigentlich damals explizit sich einen englischen Client runtergeladen ach so das Update war jetzt falsch oder was mhm ja die haben ja das ganze Spiel irgendwie verändert die ganze Architektur da wie das funktioniert ja durch diesen Screaming Scheiß also von denen weiß ich nicht 800 MB oder was ich gerade runtergeladen habe sondern wahrscheinlich 700 MB deutsche Sprachdateien da war ganz neuer Wer hat nach Forge Eure Befahrende Dore finden sich im Kampf. Eure Verbündeten Befahrende Dore, ich muss mal kurz chillen. Eure Verbündeten Befahrende Dore. Der Klingel. Eure Verbündeten Befahrende Dore. 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 schon rum schon rum erneut lehnen ihr müsst zusätzliche Pionen bauen ihr müsst zusätzliche Pionen bauen du solltest auch mal erfandieren ich bin gerade angefahren ihr habt nicht gelügend Mineralien ich bin hier in den Schatten 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 Ist nicht wahr. Alter, was soll das denn? Ich hoffe ja auch, man kann's irgendwie zurückstellen. Also gleich mal in den Optionen gucken, ob man hier eigentlich was ändern kann. So. Wieder da. Was ist hier noch am Spielen? Was kam bei deinem... Wir sollten jetzt mal angreifen mit dem Radgex. Okay. Ich bin die Stimme, Def. Und ich bin... Gerechtigkeit wird herrschen! Wo willst du angreifen? In der Mitte oder in der Ecke? Nee... Zurück Mitte. Okay, nicht zurück. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. in die Schatten. Und ich bin hier. Bei euch herrschen. Ich bin hier. Ich bin hier. In die Schatten. Ich bin hier in die Schatten. Kalt ist die Leere. Sehr weise. Eure Sonden werden angehessen. Es ist fast zu mir. Ist da so ne Ecke, wo man durch kann? Die war schon immer da. Echt? Ich habe gemerkt. Ich bin hier in die Schatten. Ich bin hier in die Schatten. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich bin hier in die Schatten. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich bin hier in die Schatten. Ich bin hier in die Schatten. Forschung abgeschlossen. Die Basis wird angehört. Die Basis wird in die Schatten. Der zweite Mal wird live in die Schatten. Die Basis wird in die Schatten. Die Basis wird in der Fall rohen. Doch dann? Untertitelung des ZDF für funk, 2017